So und herzlich willkommen bei Let's Play ARX Survival of the Fitness. Mal wieder mit dem Töppi. Mahlzeit. Guten Tag. Oh, 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 oh. Er hat's gelernt. Ich habe ihn eben geärgert. Da hatten wir leider eine Fehlaufnahme. Wir sind zu blöd gewesen, die Typen mit dem Schwer zu killen und wurden erledigt. Hatte direkt Punkte gekostet. Ja, kann man auch mal sagen. Man kann ja nicht nur gewinnen. Manchmal vergeigen wir auch. Und zwar übelst. Ja, und ja, hier sind wir wieder. Diesmal sogar auf einem europäischen Server-Lobby, sag ich mal. Weil das merkt man schon. Merkt man in der Produktion, merkt man das, ne? Also speziell, ich merke das, wenn ich Dinos fütter. Wenn du, weil ich einen T-Rex hochfüttern willst. Wenn du dabei Not America bist, dann drückst du da fünfmal drauf und der frisst höchstens zwei oder drei. Okay, es dauert richtig lange. Wenn du auf dem europäischen bist, dann geht das Flap, 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 da frisst du dir alle hintereinander weg. Hast du ein bisschen Packet los dabei. Bist mir noch nicht auf jeden Fall. Nee? Nee. Ja, aber. Haha. Wie ist du? Okay. Ab durch die Mitte und gerade rüber. Ab durch die Mitte, gerade rüber. Zu Befehl. Gerade rüber. Los geht's. Geh' aus dem Weg. Warum? Na ja. Schieb mich da. Bist du das? Wie kann der überholen? Verdammt nochmal. Verstehe ich nicht. Er hat keinen Hut auf, vielleicht deswegen. Hepp, hepp, hepp. Du bist schwerer mit deinem Hut. Gewehr den Shit. Keine Ahnung. Autsch, lass mich in Ruhe. Idioten, weg. Oh, ich hab drei Packs mit Pfeilen eingesammelt. Ich hab auch, weiß ich nicht, ich hab Haufen was eingesammelt. So, ich bin auf dem Weg Richtung Schweik fast. Bin links neben dir. Links neben mir, okay. Wir treffen uns da beim Blumen pflücken. Jetzt bin ich wieder rechts. Okay. Hinter ihm kommt eine Mitte Zwille. Aufpassen. Schießt der? Wird er angelegt? Nee. Nee. Okay, dann runter. Er hat sich hingelegt. Kann er sich, ja. Kann er, wenn er will, kann er Schläfchen halten. Hier, blub, 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 blub. Zack, zack. Ähm. Raus damit. Bom, bum, bum. Level. Links neben uns ist Ena runtergesprungen. Echt? Okay, zack, zack. Puppen. Äh, schwer. Schwer, schwer, schwer. Wir sind zu weit auseinander. Wir kriegen keine Ex voneinander. Ich komme zu dir ein Stück. Okay. Du bist noch, du kriegst da rum. Okay. Ich habe drei Speere. Holz. Holz ist da. Baum. Wo, wo. Haben wir schon, ähm, können wir schon Bogen machen. Uh. Hast du mich gehauen? Hast du mich gehauen? Der haut mich wieder. Oh, zu mir her. Ich kann immer noch keinen Bogen machen. Bösewicht, wo? Ich. Ich Bösewicht. Ah. Mach doch nicht so eine Schreckensdinge mit mir. Oh, zack. Bogen raus. Pfeile raus. Zack. Bogen. Pfeile. Bauen, bauen, bauen. Hier, so, okay. Das habe ich. Okay. Öffne. Ich habe ein Schild. Hast du ihn? Äh, weiß ich nicht. Warte, ich guck mal. Ich, hier rumstehe auf der freien Fläche. Zeig ihm mal. Ne, ich habe kein Schild. Hätte ich gern. Warte, drück ich dir gleich. Ja. So, hier. Das da? Ne, drück hier. Zack. Oh, den. Okay, Schild. Warte, ich habe mich auch. Warte, warte. Mach schon jetzt so fertig. Okay. Pfeile. Zack, sammeln, sammeln, sammeln. Sammeln, sammeln, sammeln. Schnell mal nachgucken. Betäubungspfeile habe ich auch schon. Zack, noch ein Bogen. Blub. Oh, ich habe drei Bögen. Ich habe 15 Betäubungspfeile. Ich habe 100 normale Pfeile. Sieht gut aus. Schön. Komm, sammeln. Was ist schön? Was ist denn schön? Hast du schon so viel hast? Ist so, okay. Du nicht. Mir fehlt alles. Ich habe einen Bogen mit aber allerdings schon 66 Pfeilen. Ja, ist doch gut. Geil hier sammeln. So, dann komm, komm, komm. Sollen wir los? Komm, wir gehen runter. Zack, oh, hier ist tief. Wow. Ich bin zwischendurch nochmal gelandet. Besser war das. Da rennt ein Stego. Ja. Nehmen wir den? Schöner. Okay, Feuer. Thump. Komm hier mein Stegochen. Lauf schön im Kreis. Dumme Sau, hat er mich noch erreicht. Okay, fertig. Klappen. Ja, rein. Piki, Haki. Jawohl, das gab gut Zeug. Oh, 64 Pfeil, Alter. Okay. Wohin? Bisschen weiter runter? Wohin, verschwindet ein bisschen? Ja, ein bisschen runter. Hinter den Stein, würde ich sagen. Ja, eins, zwei. So, okay. Ich habe jetzt auch alle Bögen. So, zack. Okay. Blöck, blöck. Fortitude 1, 2. Fortitude. Kann ich schon Klamotten herstellen? Kann ich nicht. Ich kann nie Klamotten herstellen. Ich verstehe es nicht, warum das so ist. So, Betäubungsfeier habe ich. Kälte. Wir lassen uns nicht von der Kälte niederraffen. Du liegst hier im Busch, glaube ich. Ja, ich gehe im Busch. Roger, der Buschmann. Ich mache jetzt ein Feuerchen. Jus, Feuer, plöp, Feuer ist da. Holz rein, damit an. Puff, zack. Holz ist da. Zack. Äh, noch mehr. Pam, pam, pam. Okay. Zack, noch ein bisschen Holz rein. Holz rein. Fleisch rein. Zack. Steine. Rums, Rums und Pfeile. Sieht ganz gut aus, soweit. Nein. So, ich sammle auch noch ein bisschen Zeug hier. Sammel, sammel. Okay, mir fehlt jetzt noch ein Level. Dann kann ich Klamotten bauen und den Rest. So, ich musste mir erstmal Klamotten bauen. Kann ich die jetzt bauen? Nee. Ich kann mir immer noch keine Mütze bauen. Verstehe ich nicht. Klamotten kann ich auch noch nicht bauen. Ja, äh, nee, wir sind zu langsam. Wir müssen mehr Zeug hacken. Wir beide müssen hacken. Brauchen noch Level. Reicht noch nicht. Brauchen 20. Level 20. So, ich komme. Zack. 19. Brauchen noch eins. Ich habe 46 Narkotik-Pfeile. 46 Narkotik, okay. Zack. Das ist ein Pfeil kaputt. Oh, Stein ist kaputt. Ja, war Ecke. War Ecke. War Ecke. Zack. Entschuldige. Ich habe dich niemals nicht zu verzeihen. Okay, zack. Okay, ich habe jetzt ein Level. Sehr schön, ich habe gerade zwei. Ich kriege runter. Wie, das zwei kriege? Oh, nein, jetzt fehlt mir halt. Okay, jetzt wähle ich, ich kriege runter. So, jetzt, zack. Jetzt aber, Klamotten. Ich kann immer noch, ich verstehe es nicht. Hier ist noch ein Stego. Jetzt kann ich es wollen. Zack, 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 zack. Wie kannst du nicht? Ich bin zu schwer, ich kann mich nicht kümmern, aber jetzt kann ich mich um den Stego kümmern. Wo ist er denn? Alles klar, ich hilft mit. Hier ist ein Feld, ich bin für dir. Oh, noch halt. Danke, zeigt ein bisschen Abstand wieder zu dir. Hab ihn. Sehr schön. Okay, ich habe hier noch den Dilo platt gemacht. Ich habe auch noch ein bisschen Hide. So, okay, jetzt lasse ich dich sammeln, sonst hast du dann den Hide gleich wieder nicht. Oh, ich hatte noch einen Dilo kaputt gemacht. Oh, den ruhig kaputt hier. Oh, zack, ich nehme ein paar Dinger mit. Zack, 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 okay. So, was fehlt mir? Handschuhe eigentlich. So, soll ich direkt das Dinger bauen? Ja, baue ich. Pass auf, ich baue direkt eine Schmiede. Sehr schön. 40 Steine, zack, 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 Schmiede, zack. Ist gebaut. Die Foundation ist gebaut. So, so langsam würde ich sagen. Wie Feuerchen schon? Wie Feuerchen schon? Weil Feuer brennt ja die ganze Zeit. Ach so, zum Mitnehmen. Ja, man kann noch eins mit, ja, ja. Okay, so, dann kommen, hauen wir ab hier. Würde ich sagen, wir brauchen uns zu ewig. Äh, ne, ich hab mir, willst du ein bisschen Fleisch haben? Hier, komm, ich droppe Fleisch. Zack, äh, wo hab ich jetzt hingeschmissen? Zack, was sagt? Bist du hier? Ne, hier, zack. Ja, hinter dir. Liegt das? Danke. Hast du? Sehr schön. Danke, sehr nett. So, Drop weg damit, weg damit. Okay, im Fallschirm fehlt mir noch. Aber wir können ja erstmal runter. Ach, siehst du den wohl, die Korn? Komm, auf, mach mal unten an der Kante. Wo wir zusammenstehen. Händerschön sammeln. Andere sammeln. Was ist das hier? Wiedersehen. Nehmen wir auch noch auseinander. Bam, bam, bam. Prima, noch einer. Der haut ab. Okay, dann verpiss dich. Nehme ich das Vieh. Zack. Da ist direkt, wir müssen anführlich direkt in Richtung roten. Wo, wo ist Kampfmusik bei dir? Ja, bei mir ist bloß ein Dilo. Dilo, so, ich guck mal nach unten. Ich sehe kein Spino hier weit und breit. Der Strahl ist aber da. Ja, der Strahl ist da, hab ich auch gesehen. Pass auf, der Dilo hinter uns. Ja, den mach ich platt. Du mal rund. Machst du, machst du. Ne, mach ich. Okay, mach ich. Zack. Machst du dir selber einen Schirm oder sollt ihr mitmachen? Ich mach's mir selbst, ja. Mach's dir mal selbst. Ein paar Rad. Zack, da hab ich den. Krieg noch ein paar Feiler-Crash. Äh, eins, zwei Gewicht. Zack. Fertig. Fortsch hattest du schon, wa? Fortsch hab ich, jawohl. Plöp. Ich hab schon vier Blut-Packs. Hahaha. Okay. Ich bin fertig, los geht's. Rote Strahl ist weg. Harvest Bounty. Äh, komm, geh mal rüber. Geh mal ein bisschen hier einfach so geradeaus. So, hüpf. Zack, los. So, zack. Äh, Bögen reparieren in der Luft. Okay, ein Spino. Verdammt, ich hab kein Holz. Kann kein Bogen reparieren. So ein Scheiß. Äh, dann brauch ich da noch ein paar Feile. Ein paar Feile, ähm. Ich hab hier Essen. Nee, kann ich auch nicht. Zack, wieder dahin. Die sind repariert. Nee, ich kann nix essen, das ist doof. Okay. Hier liegt ein Stegro liegt hier. Ja, der ist betäubt, genau. Ich glaub, ich glaub, ja. Nehmen wir mal. Och, die Scheiße. Alles schöne Käfer hier. Scheiße. Da hier. Aber alles voll. Sie geht hier hin, ja. Ja. Geh mal hier die 3 noch. Nee, dann mach du. Okay, dann stecke ich schon mal hier. Ähm, Zweck hier in den, ähm, Stegro rin. Du willst was in den Stegro stecken? Ekelhaft. Bärchen. Achso, Bärchen. Da vorne rinnt, ähm, äh, Richtung, äh, roten Strahl, rinnten Kanu am Wasser. Okay. Ich muss mal kurz ausruhen. Ich hab hier tausende von, ich zerhackt die ganzen Soldaten hier, ne? Die Eisen, äh, die, äh, Wasser. Ja, sehr schön, ich hab schon noch einen Beutel, äh, füllen und ein bisschen was essen. Jam, 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 zack, Beutel, hast recht, füllen, Achtung, plöpp. Ich renn mal Richtung, wo ich strahle. Zack, okay, ja, mach das. Schau mir mal an, wo der Kanu ist. Oh, bisschen Holz, brauche ich. Ach, hier, ah, sehr schön. Zwei Kanus sind hier tatsächlich. Zwei Kanus sind da, prima. Zack, zack, weg damit, weg damit. Äh, weg damit. Okay, wie lange braucht der Stegro noch? Lass mal gucken. Der Stegro braucht noch ne Zeit, das ist Level 1. Wieso braucht er denn so lange? Was ist, hast du ein Problem? Ja, der Kanu kam plötzlich um die Ecke. Willst du sich ja helfen? Ähm, boah. Was heißt boah? Der Licht, der Kanu liegt, okay. Ja, gut. Ich hab hier noch einen beim Wickel. Äh, ja, ich komm sofort. Bist du, da bist du. Ich bin da, zack, schmeiß weg. Doch, hier ist ein Parra, alles klar. Der Parra klemmt fest. Der Parra bringt doch nix. Kanu bringt nix. Parra. Wir brauchen, äh, mindestens ein Try. Nee, als, als. Also, okay. Hierfristet ein Parra, nicht mich. Mein Gott, ich muss wohl helfen kommen. Sie, die Schäden, der Kanu liegt auch, habe ich. Ich bin am Strand, in Richtung Strahl immer noch. Ja, okay, ich komme. Also zwei Kanu liegen jetzt hier, jetzt brauchen wir noch. Oh, hier liegt noch ein Kanu. Eins. Ich habe hier einen Tryp mal angehettet. Und das ist auch schon down. Ich habe noch ein Kanu hingelegt. Sehr schön. Tryprime, sehr schön, Tryprime. Okay. Wir rennen noch einen Raptor rum. Wir versuche ich auch noch zu holen. Ich habe leider nur Tryprime erstmal. Der Raptor rennt zu dir, glaube ich. Nee, ich habe ihn. Okay. Ey, steck mal erstmal der Prime in den Achter. Au! Hast du mich angeschossen? Nein. Nein, wirklich nicht. Dann wirst du ein anderer sein. Oder du hast aus... Ach nee, du hast wirklich aus Versehen den Kanu getroffen. Äh, klar. Hat den Kanu getroffen? Okay. Äh, so. Nicht so schlimm. Okay. Tryki. Da vorne ist noch ein Tryki. Ich habe eins angeschossen. Ich auch. Hoffe ich. Ja, okay. Der kommt. Sehr schön. Meine Richtung. Weit laufen. Ah. Zweig ist down. Eins auch. Ich kriege... Ah, zwei. Zwei Stück habe ich rausgekriegt. Fünf. Okay, ich habe fünf Prime jetzt bei. Okay. Jetzt muss ich bloß wissen, wo deiner liegt. Wir meinen, dann mache ich. Okay. So, dann stecke ich hier mal drei drin. Eins, zwei, drei. Und ein bisschen Fleisch. Zack, 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 zack. Zack, das müsste reichen hier. Die zwei. Zack, zack. Und Fleisch. Ja, sonst stecke ich ab. Ah, ich sehe, wo du bist. Okay, komm. So. Acht. Wo ist der Strahl? Der Strahl ist nicht da. Das ist natürlich super scheiße. Ja, wir können trotzdem hier schon unser Zeug aufstellen, oder? Hier? Hier zwischen? Ein bisschen weiter im Wald, würde ich sagen, oder? Ja, aber das heißt ein bisschen weiter im Wald und nützt uns nichts. Ah, das scheint es ja schon wieder. Okay. Nützt nichts. Nö, nö, die Steine hier, die runden Steine sind doch super. Wir stellen das direkt hier auf. Warte auf, ich stelle auf. Zack, zack, plapp. Los geht's. Hast du Eisen zufällig da ein bisschen was? Ähm. Verdammt. Ne. Ich ein bisschen. Okay. Ähm, dann sind ja unsere zwei Schmieden super. Zack. Habt ihr schon mal ein Lagerfeuer gemacht? Ja. Noch eins sind geht. Ja, versuch ich. Zack. Geht mir da? Oh, ein jetzt fehlt mir da. Da bin ich schon wieder hier. Äh, Steine kloppen ist natürlich scheiße jetzt. Äh, der Fluch ist da besser, wa? Raptor aufsteht. Ich hole unseren Stego. Der steht. Sehr schön. Komm, du dummer Stego. Wieso kommt der nicht? Jetzt bewegt er sich. Okay. Okay, ist aufgefüllt. Stego kommt. Ich muss nur gucken, wo unsere Filme zu Viecher sind. Also runde Steine sind hier genug, wenn dieses doofe Zeug weg ist. Den Kanu ist irgendwie aufgestanden, Glübeck. Ja, super. Guck mal, ich hab's ja mit Teil hier rausgekriegt. Ach nee, der Raptor steht da. Der Raptor steht, sehr gut. Ich zieh den Stego hier bei uns zu unserer Plattform hin, damit er das verteidigen kann ein bisschen. Wenn er denn irgendwann im Kreis gelaufen kommt. Da kommt er. Okay. Okay, der steht. So, was brauche ich noch? Ich muss mal gucken, was ich weghaufe. Ich hab tonnenweise Fleisch im Angebot. Hast du Fleisch da reingetan? Ja, hast du? Ja, wunderbar. Warte, ich stelle noch zu wenig auf. Jetzt ist ein Kanu aufgestanden. Ja, prima. Kanu ist aufgestanden. Wo bei dir? Wahrscheinlich. Da kommt er an schon. Okay, pass auf. Ich nehm den mal mit. Ja, mach mal. Lass mich den Kanu mitnehmen und den Raptor. Zeig mir her, pass auf. Zeug rein, Zeug rein. Zeug rein, dann reite ich hinten hin und hole das Metall von ganz hinten. Verstehst du? Ja, mach das. Wenn du das noch schaffst, mach das eh mal Metall weg. Das habe ich. Das ist ja lächerlich. Hier, warte. Da tue ich. T, T, T. Hey, der ist in dem Feuer. Nein. Dann schreite er die ganze Zeit, wenn er im Feuer ist. Warte, ich reite ihn weg. Der steht nicht im Feuer. Doch, der Raptor ist dann im Feuer. Achso. Wollst du auch mitnehmen? Okay, ja, natürlich will ich ihn mitnehmen. Wo bist du? Ach, da. Der zweite Kanu ist auch da. Den kannst du auch mitnehmen, wenn du willst. Ne, 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 ne. Lass den bei dir. Ich nehm die Nummer drei Tiere mit. Ja. Okay, dann gucken wir mal, wie lang was hier ist. Ja, denn da. So, hier mal kurz alles stopp. Und mich bewachen. Komm, Raptor. Raptor, jetzt bist du dran. Dann ist das Gute. Wenn du mit zwei bist. Da liegt ein Spino im Wasser, glaube ich. Okay. Muss ich mal genauer gucken. Das siehst du aber nicht. Ne, noch nicht. Da könnte Prime drin sein. Im Strahlen. Ne, ne, ne. Muss den Spieler sehen. Ne, ne. Der, 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 der tatsächlich hier steht ein Spiel, liegt ein Spiel im Wasser. Wir müssen den Spieler finden. Soll ich dir helfen, kommen wir erstmal? Ja, würde ich sagen. Ich sehe ihn rumschwimmen. Wenn ich ihn anvisiert kriege, feibe ich ihn an. Ne, soll ich trotzdem kommen? Ja, rennt da. Sehen, ich sehe ihn. Rennt, rennt. Soll ich nun kommen, oder nicht? Ich habe sie angefüpfen. Ne, lass mal. Okay. Jawohl. Der ist gleich down. Den habe ich gleich. Hab ihn. Der ist down. Kein Tribe verstorben. Okay. Der muss später sein. Werde ich gleich finden. Okay, Harvest Event ist weg. So. Ich dropp den Scheiß. Dropp Kristalle. Äh. Schwert. Zack. Zack. Okay. Von mir aus können wir. Ja, jetzt. Ich muss den anderen Typen suchen. Richtig. Ja, das wäre gut. Damage, 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 damage. Wow. Das gab Level. Der Typ. Sehr schön. Ich muss mich noch ein bisschen dahinter stellen. So, okay. Kein bisschen Leben. Der Strahl auf, den werde ich mal holen, ne? Okay, zack. Los geht's. So, ich muss den Typ noch finden. Das ist ein Problem. Affen. Äh, Aktion Monkeys. Gucken, wo die doofen Affen runterkommen. Okay, mir sind sie hinterher. Okay, den Ehenhavik. Jetzt weg, Affe. Ich seh den Typen leider nicht. Der ist absolut scheiße. Ich komme zu dir erst mal. Ja. Ich... ...wegeln, äh... Und zack. Oh, hochpumpen. Damit wird Eisen einschmelzen können. Ja. Dann, ich loote den anderen Strahl hier. Ich versuch, den mal zu sehen. Ich seh den aber nicht, den Typen. Affe ist hier. Das bedeutet, der Typ muss auch hier sein. Okay. 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 Ob Items. Okay Ich seh den Typen nicht Verdammte Scheiße Den müssen wir Ich muss den finden Den haben wir nachher an der Hacke Ja Ich seh den nicht Der muss hier irgendwo krauchen Oder liegt er auf der anderen Seite Ich weiß nicht wo der Typ ist Was für eine Scheiße Ich komm zurück gerade Damit wir Metall Verarbeiten können Warte mal Der Kano hat so viel Zeug dabei Es stimmt gar nicht Der hat haufenweise Zeug dabei Der kann aber noch was vertragen Okay Schild rein Jetzt Kano Komm Kano Zieh Jawohl Jetzt geht's besser Okay Oh, hat das Metall drin gesteckt? Ja Das wird ein Problemfall Das Vieh Ja Müssen wir aufpassen Hattest du Hast du Den Spino War der gefüttert? Weiß ich nicht Der ist bestimmt gefüttert So Leute Das Ende der heutigen Folge Ist erreicht Ich hoffe ihr hattet Spaß Morgen geht's natürlich spannend weiter Wenn's euch gefallen hat Gebt bitte einen Daumen nach oben Wir sehen uns Habt ihr hier Tschüss Tschüss